Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei UNO. Oh je. Oh, warte mal! Du musst nochmal anfangen. Hey, warum? Was ist los? Ich hab Vollbrainer-Abgabe. Ach so, alles klar. Hey, aber wir spielen noch UNO. Ach komm, wir machen einfach weiter, ist egal. Hä? Ja, herzlich willkommen. Wir spielen noch mal UNO und viele von euch haben sich das auch noch mal gewünscht. Und da war ich, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich war super überrascht, dass die Leute... Keiner von uns hat sich das gewünscht, das war nur ihr. Das ist geil, dass wir noch mal spielen können. Vor allem, es gab so Kommentare von wegen, okay, habe ich jetzt wirklich 24 Minuten Fremden damit zugucken, wie sie UNO als Spiel, als PC-Spieler auch noch spielen? Bisschen traurig, oder? Ja, so kann es laufen, ne? Wir haben übrigens auch eine Folge beim Essen geguckt, obwohl wir dabei waren. Wir haben uns die nochmal angeguckt und dann haben wir den Hass nochmal richtig aufgehört. Das ist immer am geilsten, wenn man lachen kann, obwohl man die Folge schon kennt. Genau. Das ist geil. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja, Erik! Ja, geil! 80 Karten plus 80 Karten plus! Nee, Pan, Pan macht ja mal Aussetzen. So. Pan macht ja mal Aussetzen. Nein, mein Modus ist abgeschmiert. Was? Ja. Oh nein. Ach, das geht wieder los. Das war letztes Mal schonmal. Okay, dann müssen wir die Lobby nochmal kurz beenden. Okay, machen wir. Kein Problem. Oder kannst du nachjoinen? Ich glaube nicht, ne? Er ist noch hier drin? Okay, nee, nee, wir machen nochmal. Wir machen nochmal Schluss. Okay, dann gehen wir raus. Verlassung. Okay, alles. Ich liebe es. Super. Wie kann man ein Spiel wie Uno nur so scheiße programmieren? Ja, ihr müsst doch von diesen Bug erzählen, den ihr heute beide hattet, Curry und Tobi, das ist auch... Ich verstehe nicht. Ja, es gibt einen Bug bei Uno, wenn Leute in die Lobby joinen, dass sie auf einmal so voll laut sind. Super übersteuert. Das ist aber bei Ubisoft-Spielen öfter mal der Fall, hab ich das Gefühl. Das war bei Rainbow nämlich auch so, Rainbow Six. Das hast du da auch gehabt. Ja, bei Rainbow Six war das auch bei Dingens, ne? Bei Wildlands hab ich das auch gehabt. Ja, genau, genau. Was macht ihr da? Alter, da ist es! Alter! Oh, voll genadewurz! Und genau so ist es auch. Es ist wirklich genau so. Ist nicht mal ein Scherz. Sag mal. Jetzt bin ich ein bisschen geil. Okay, ich bin wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Ja, ich guck mal. So, jetzt ist es wieder besser, ne? Jetzt ist es wieder schön. Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Das lustige ist, ich hab das jetzt auch gleich. Pass auf. Ja, Tobi. Tobi, komm mal rum. Danke, Curry. Tobi! Tobi! So, super! Tobi! Hey, Tobi! Alter, geil! Tobi! Was ist los, Tobi? Tobi, sag was! Tobi, sag was! Nein! Ich sag nichts! Was ist das denn komisch? Ich sag nichts! Aber was genau passiert denn da? Was stellt der oben? Der Pegel wird einfach hochgestellt vom Mikro. Also auf 100 halt. Volle Pulle voraus. Der Windows-Pegel ist das, ja. Ja, ja, genau. So, wollen wir jetzt? Keine Ahnung. Ihr seid halt einfach geil. Ihr seid geiler als wir. Ja. Ich hoffe, du überlebst. Dann müssen wir leider nochmal neu anfangen. Ah, ja. Schade. Also, ich bin auch da. Uno wurde von Merle Robbins 1971 erfunden, um einen Streit mit seinem Sohn über die Regeln des Crazy Aids zu lösen. Crazy Aids? Bist du da, Erik? Ja, ich bin da. Ja, geil. Auf geht's, Freunde. Es ist angerichtet. Erik ist ja neben mir. Wie geil. Und ich hab die besten Karten. Okay, wer darf anfangen? Ja, wunderbar. Dann geht's doch direkt mal los hier. Curry, warum? Warum gleich mit der Karte? Ach, die Pan rechts von mir. Curry, warum? Ich wollte einfach mal irgendwie kurz das Eis brechen. Was soll das denn? Ich wollte das Eis brechen, Mann. Ich kann ja gleich mal ein Bein brechen, Junge. Hör mal, wenn du die Runde jetzt drehst, dann komm ich gleich mal runter. Hey, was soll das? Ich will nicht. Ja, du bist dran, Pan. Kann ich auch eine ziehen jetzt? Hä? Du bist wieder unterlegen. Warum fragst du uns? Du wirst doch eine legen können, sonst hättest du doch automatisch gezogen. Nee, nee, die hätte ich nicht. Oh nein. Alter. Doch, du kannst eine ziehen, Pan. Los, es war blau. Pan, ich warne dich. Oh nein, Pan. Mein Spiel ist stehen geblieben. Was? Achso. Ja, okay. Toll, schön, dass Leute UNO spielen dürfen. Das ist echt ein Spiel. Echt geil. Wie kann man ein Spiel wie UNO so verkacken? Warte, 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 ich bin doch da. Ich bin doch da. Hä? Hä, was? Hä? Du spielst mit meinen Gefühlen, Pan. Eis, Kai. So. Oh ja, die Acht. Erik, Erik liegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, man. Shit. Tobi, jetzt bist du dran. Ey, Tobi, das würde ich mir aber nicht gefallen lassen, ne? Muss ich schon sagen, jetzt mal. Geht schon wieder los, ey. Tobi, du lebst mein Leben. Als Gutes ist dir, Erik, der kann mir jetzt nicht gefährlich werden diesmal. Das ist schon mal gut. Aber ich kann dir... Tobi, das würde ich eh nicht machen. Das weißt du. Ja, stimmt. Ich kann dem Erik endlich mal gefährlich werden. Ja, ist vielleicht. Siehst du, du lebst mein Leben, Tobi. Ey, warum ruckelt denn UNO? Mann. Hä, wie? Das ist der konzentrierte Hass, der durch die Leitung gedrückt werden muss. Curry, was? Warum? Ey, es tut mir leid, es ging nicht anders. Ich musste jetzt mal die Barriere durchbrechen. Was soll das? Also jetzt mal ganz ruhig hier, ne? Du Fit-Piepe. Jetzt wäre der Tisch schon umgefallen in der Bar. Hätte uns gegenseitig mit Dartpfeilen beworfen. Oh. Oh. Pan, du kannst. Ja, ja. Und nach zwei, drei Minuten so direkt der Tisch kaputt. Hey Tobi, guck mal. Alter, wir müssen wegen Curry aufpassen. Der Erik hat eh irgendwas. Der Erik hat eh irgendwas, was er legen kann. Ich kann... Mein Mantel, Curry. Ich hab meinen Mantel. Oh ja, lass mich mal unter deinen Mantel gucken. Das ist schön. Ja, komm doch mal runter. Es ist bald Winter, wird wärmer hier. Boah. Jeden Winter lassen wir den Pelz wachsen. Schön gedämmt. Ja, okay. Da kann ich jetzt nichts machen. Das war bestimmt falsch, oder? Oh, danke. Nein! Oh, ich wusste es. Nein! Erik, das... Ganz ehrlich, das war genau wie du in der letzten Runde. In den letzten Runden hast du immer das... Immer das Glück. Also jetzt... Jetzt muss... Jetzt... Jetzt muss auch meinen Antrag gewinnen. Ich mach fünf Minuten. Komm, weiter. Hau rein. Okay, hey Panik. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Dank Curry ist jetzt zu kurz. Danke Curry. Schön, wenn ihr das... Hey, PN Tobinator getrennt. Hä, Tobi, wieso bist du getrennt? Hallo KI Luna. Hallo. Wie ich KI Luna? Was für ne Bitch? Ich bin nicht rausgegangen. Kannst du reinkommen, Tobi? Äh, weiß... Kann ich das? Kann man ihn jetzt joinen lassen? Ne, ne? Ich guck gerade mal. Der Teiler läuft. Ich mach mal hier Vorsicht, aber den hier. Ähm... Ich bin nicht rausgegangen, ne. Also hier bist du... Mit wem bist du denn jetzt im Spiel, Tobi? Ich bin im Hauptmenü. Ach schon, ja geil. Dann müssen wir nochmal rausgehen, oder? Ja. Warte mal am Spiel teilnehmen? Warte. Ja. Ja. Dann müssen wir wieder raus. Dann gehen wir nochmal raus. Wunderbar. Was für ein... Was für ein schöner UNO-Abend. Alter, schön. Das funktioniert gut. Ja. So. Äh... Müssen wir einfach mal die DLC-Karten benutzen. Ja, ich steck... Ich steck... Obieso für das Spiel auch Geld in den Arsch. Bestimmt. Ja, wann ist... Wann ist da los? So, Lobby ist... Äh... Ich lade noch rein. Ah! Hallo, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. UNO! Alter, okay. Mit... Also diesmal ist mein Mikro direkt in der Nase drin, dass wir ihn nicht wundern. Alter, also... Ich rufe uns überall an und atme einfach ins Telefon. Guck mal, was ich bitte leise... Hey Tobi, was geht? Tobi, erzähl mal. Tobi, sag mal mal. Tobi, hört sich immer an, als wird der Pinball-Spiel. Was ist los, ey? Ach ja, schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr ausgereiftes Produkt. Ja, ist toll. Okay, Party beginn. Das ist ein fucking UNO-Game, weißt du? Erik, ich wünsche dir viel Glück. So, mal gucken. Bitte, bitte stürz nicht ab, bitte stürz nicht ab. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Okay, auf geht's. Alles klar. Es ist nie was passiert. Ja, aber mir ist das Spiel abgeschmiert. Alter, nein. Echt? 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 I OK? Ich war grad dran oder war es plötzlich nicht mehr? Cool. Echt? Ne du warst nicht dran. Ey Tobi, was soll die Scheiße? Findest' das eigentlich lustig oder was? Echt? Echt? Pfft. Jetzt mach ich blau. Einfach aus Prinzip. Ja, geil. Hab ich auch. Ja super, Tobi. Fünf auf fünf. Geil, Tobi. Wir ergänzen. Oh, Pan, ey, Pan, ey. Gelb, gefällt mir sehr gut. Nö, da hab ich keinen Bock drauf. Mach ich auch gelb. Nee, mach bitte gelb. Ja, geil, ja. Hey, Tobi, mach mal rot, komm. Ja, mach gelb, mach gelb, mach gelb, mach gelb. Jawoll, Tobi, danke. Tobi, lass mal Karten kreuzen, okay? Doch, Frauen einmal im Monat. Ho, ho, ho. Erdbeerwoche, Erdbeer. Wie eine aufgeschnittene Tomate. Boi. Alter, was? Das hätt ich jetzt nicht sagen sollen, Erik. Warum? Ja genau darum. Was soll das denn? Geht das schon wieder los? Was willst du von mir? Ich muss dir eine Karte legen. Oh, ich wünsche mir, ich wünsche mir rot. Boah, ho, 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 ho. Du, Alter, scheiße, du, ey. Häusliche Gewalt, ich bin ein großer Befürworter. So, hier. Ist das besser? Nur in diesem Haushalt. So, ich muss das vielleicht noch. Ey, tu's nicht, tu's nicht, Alter. Toll, hättest du's mal getan, Erik, Mann. Meine Fresse, ey. Was denn? Was getan? Ja, nee, du weißt schon, was ich meine. Hör doch mit Boxen, meinste? Curry animiert mich, Pan zu schlagen. Ja, schön. Ja, geil. Hey, Tobi, gönn dir. Volle Pulle. Auf geht's. Nice. Oh, oh, das hat er jetzt nicht gemacht. Eine 3, ja, das wird schwierig. Mh. Alter, was ist? Was ist mit dir los? Was soll das, Pan? Ja, toll, er kann eh legen, also mach es. Komm. Mann, was soll das, Pan? Ja. Ja, komm, Curry. Ach, und da bist du geschockt jetzt? Da bist du geschockt, weil ich die Karten nicht nehmen muss? Das trägt ihr nicht so auf. Alter, die berumftige Kuh, ey. Was war das? Tobi, finde ich eigentlich ganz nett, ne? Nee. Was, Pan, warum? Ja, weil du bist doch das Buch. Die Frau lebt einfach nur von Plus-2-Karten. Das schneidet sich dir aus wie Rabattmarken aus der Zeitung. Alter. Zieht sie alles aus dem Ärmel raus. Ist, Pan, mit Liebe ist jetzt vorbei, ne? Ist vorbei jetzt. Schon wieder? Ist du wieder so weit? Nee, ich liebe jetzt Tobi. Das befürworte ich. Hey, das geht aber nicht. Das mache ich schon. So, hier. Kannst du nicht machen. Oh, geil. Dankeschön. Ja, was willst du denn? Oh, hier, guck mal. Hey, danke, Tobi. Echt nett. Null. Hier, für dich, Erik. Oh, geil. Danke dir. Oh, schön. Hier, ne 3, Tobi. Hat er auch was? Finde ich echt nice. Boah! Nein! Alter. Sorry, Pan, du hast zu wenig Karten gehabt. Ich musste jetzt reagieren. Jetzt kommt wieder Plus-2. Ich weiß es doch. Achso, ich bin dran. Nein, du bist doch... Die rote 4, haste. Die rote 4. Die rote 4, Alter. Die hätte ich nicht legen dürfen. Da hab ich ja Kommentare kriege. Ey, Pan, was soll das denn? Wie spielst du denn? Wie, was soll das denn? Oh, nee. Komm, Tobi. Voll in die Hand. Dem Tobi gönne ich's jetzt. Also, komm, Tobi. Du darfst gewinnen. Komm. Ach, komm, Curry. Du hast eh ne gelbe Karte, also. Auf geht's. Ah! Okay, er hat ne rote Karte. Er hat ne rote Karte gehabt. Rote Karte hat er gehabt. Eine rote Karte. Eine rote Karte. Oh, nee. Oh, fuck. Oh, fuck. Ey, Tobi, warte mal. Warum hast du jetzt nicht gelegt? Weil der Tobi ne vier gezogen hat. Weil der Tobi ne vier gezogen hat. Was soll das? Der hat irgendwas... Irgendwas plus vier, Alter. Warum hast du das getan, Tobi? Was hab ich... Hä? Ich hab's selber grad nicht verstanden. Frag mich nicht. Okay, er hat ne rote. Wir müssen alles daran setzen, dass es nicht klappt. Der... Oder er blufft. Nein, er hat ne rote. Hundertprozentig. Ja, ich glaub auch, der hat ne rote. Ich kann leider nur rot legen. Tobi, mach... Paaren bitte, sag mir, dass du ne null hast. Oh, Alter. Was hat die Paaren für Karten? Wie oft kriegt die diese scheiß plus vier Karten? Ja, und die plus zwei und plus vier. Die Paaren leben von plus zwei und plus vier. Ich glaub ich, ob er wirklich geblufft hat. Wer denn Curry gewinnt jetzt? Alter! Alter! Es tut mir leid! Okay, ich bin ab jetzt gegen Curry. Hä, was kann ich denn dafür, wenn du dir gelb wünschst, Alter? Sehr gut, das ist sehr gut. Da hast du befürworten. Was kann ich dafür, wenn du dir gelb wünschst? Was soll die Scheiße? Die riecht so an Badewasser. Hä? Hä, das ist sowas immer selten. Das lass dich schon mal einlaufen mit dem Toaster. Hast du ein bisschen... Bist du grad schon wieder... Das ist die true love, wenn ich sage. Alter. Mann, ey. Wäre voll geil, wenn man sich so mit den Karten irgendwie Luftzufächer könnte. Halt's Maul. Ey, was wirst du denn jetzt? Sag mal, bist du komplett bescheuert oder was? Na klar war der. Wisst ihr, was schön wäre? Alter, die Schnauze. Ja, geil, schön. Okay, so geht's gut los jetzt. Hä? Ey, Tobi, was ist los? Schade, Tobi. Es war echt schön mit dir. Ach, diese Musik ist einfach so beruhigend. Ist ein Traum. Ist mal die Dschungelmusik bei mir gerade. Ne, bei mir ist Klavier so... Jazz, stressig, irgendwas in der Richtung. Oh ja, Baby. Ey, Tobi, was soll das? Hättest du das mal lieber nicht gemacht? Hä? Hä? Hättest du das mal lieber nicht gemacht, Tobi. Hä? Was? Wie? Ha, du hast doch mindestens fünf plus zwei Karten dir jetzt legen kannst. Aber keine Block... Alter, willst du mich verarschen? Alter! Die Frau, ey. Die Frau, ey. Sei nicht so frech zu mir. Alter. Ich bin überhaupt nicht frech. Ich mach ein lustiges Sprüchlein. Ich hatte keine Karte. Das sollte ich machen. Ja, ja. Das sagen sie alle. Aber langsam keinen Lebenswillen mehr. Oh. So. Das sagen sie alle. Der Curry hat wieder nur drei Karten. Ja, wir müssen auf den Curry aufwarten. Also sag mal, wann hab ich dir eigentlich getan, Erik? Was soll die Scheiße? Oh, jetzt ist der Curry wieder dran, Mann. Das Ding ist aber, der kann mir bestimmt eine reindrücken. Das willst du doch gerne. Du willst mir eine reindrücken. Toll. Nein. Fuck. Okay, wir müssen jetzt irgendwie... Ich kann nicht... Das ist doch nicht wahr. Oh nein, bitte nicht. Oh, 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 oh. Er hat eh gewonnen. Hallo? Mein Ohr ist gerade eingefroren. Okay, das kann sein, dass du gleich wieder da bist. Warte. Dauert eine Stunde, dann bin ich wieder da. Ja, es geht ja wieder. Was ist denn mit... Wie kannst du überhaupt diese ganzen Fehler haben? Es ist ein fucking Uno-Spiel. Ich versteh's auch nicht. Es ist so, mit der Kamera ging nicht, das ging nicht, mit dem Ton und das... Also jetzt bleib mal bitte auf dem Boden. Was? Okay, pass auf, ich mach mal hier. Bleib mal bitte auf dem Boden jetzt. Was soll ich nehmen? Ich nehm einfach... Ich nehm gelb. Ich hab keine Ahnung. Er hat eh ne Karte, wo er legen kann. Ja, ohne Pro. Hey, was ist mit dir, Tobi? Was denkst du denn von mir? Puh. Okay. Okay. Also grün ist eine Schwachstelle. Ja, grün ist meine Schwachstelle. Genau. Grün ist meine Schwachstelle. Grün ist meine Schwachstelle. Ey Pan, findest du das lustig, oder was? Nein, es tut mir leid. Hier. Ich werfe vielleicht mal ne plus 4 darüber. Geht leider nicht, aber ich wünsche ich könnte... Ich fühl mich hier so safe. Hey Tobi, danke man. Echt nett. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Hm. Muss ich machen. Pan hat auch nur 3 Karten. Oh, okay, okay. Tobi, wir müssen zusammenhalten. Curry, wir müssen nicht zusammenhalten. Tobi, wir müssen durch dick und dick gehen. Ja, danke Tobi. Echt nett von dir. Das ist halt so doof. Du dreckiger Wichser. Boah, sei doch nicht so aggressiv, Curry. Ja, ich verstehe das auch nicht. Du musst bei dem Spiel einfach... Nee, es war lustig gemeint. War lustig gemeint für Tobi. Ach so. Ach so, gut. Ja, dann ist es okay. Dann darfst du das. Dann ist es okay, ne? Deswegen darf ich das sagen. Alles klar, ciao. Bleidige mich ruhig. Alter Curry, was soll das denn jetzt? Ja, war lustig gemeint. Ey Pan. Ey Pan, was soll das denn jetzt? Ohhhh. Nice, 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 nice. Egal, das hol ich wieder auf. Jawohl, geil. Curry, was soll das denn? Ey, war lustig gemeint, Erik. War lustig gemeint. Ach so, ja, dann ist ja okay. Ey Pan, riecht lustig. Ich muss so lachen gerade. Alter Curry ist voll der Cartman, ne? Fällt mir gerade auf. Hä, was? Ernsthaft? Ja, Curry ist voll der Cartman. Ich bin ne Cartman, ey. Ernsthaft Curry, was soll die Scheiße? Ernsthaft Eerie. Was soll die Scheiße, Junge? Ja. Oh, geil. Hier. Boah, Alter, krass. Alter, krass. Boah, nice. Willst du mich verarschen, Curry? Ich hab einfach einen Riecher dafür. Fängt das wieder an. Ach, nö. Ach, Alter. Pan hat nur drei, alle auf Pan. Ich spende Karte für einen guten Zweck. Alle auf Pan. Tobi, äh, ne, doch nicht. Wenn ihr das nicht macht, dann hasst ihr Charity. Oh mein Gott, alle auf Pan, alle auf Pan. Jetzt, jetzt, volle, volle Pan. Jo, nice, auf geht's. Ich werd die Karte niemals los. Pfff. Was gibt's denn? Oh, Mann. Pan hat ne blaue Karte. Keine blauen Karten, bitte. Jo, geil. Ich geh kurz zu Pan nach oben und guck mal, welche Karte sie hat. Curry. Ey, wenn sie jetzt ne rote hat, bitte. Mann. Alter. Huh. Das war ja nochmal knapp. Das war nochmal echt knapp. Ich frag mich, was Curry für Karten hat. Ich frag mich, was Curry für Karten hat. Juhu. Hä? Tobi, du musst jetzt eben was Geiles machen. Äh, genau. Das ist, das ist geil. Nur Wix-Karten, ja, Mann. Hey, Tobi. Ich find meine eigentlich gar nicht so schlecht. Oh mein Gott. Alter, Pan, ernsthaft. Oh mein Gott. Soll ich das Spiel vielleicht nicht spielen? Ja, fänd ich gut. Ich fänd's gut, wenn du einfach mal nicht dabei wärst. Ich kriege Plus-Karten einfach. Ja. Also ich krieg 20 Karten und krieg nur Scheiße. Auf den Karten steht wortwörtlich Scheiße bei mir. Weißt du? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die darf man, die darf man auch nicht legen, ne? Nee, pass'n ja nirgends. So'n Kack. Okay, komm, Plus 7. Ich schmeiße Plus 7. Oh, sie wirft ne 7. Hä? Was? Was? Oh mein Gott, jetzt kommt Pan. Nein! Ja! Oh mein Gott! Nice. Sehr gut. Fuck! Ein Fehler und du bist dran. Ein Fehler und du bist dran, Pan, alter. Es geht nicht anders. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat der nicht gemacht! Heute Abend, Boxe. Was ist mit den Beinen? Was ist mit den Beinen? Was ist mit den Beinen? Nein! Nein, Mann! Ich krieg dich ein, ey! Alter, kommt der jetzt wirklich? Pan, hast du ne Grüne? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Man weiß es nicht, Curry. Pan hat ne Grüne. Pan hat keine Grüne. Ach Curry, warum? Scheiße. Ich wollte nur dem Risiko aus dem Weg gehen, dass Pan irgendwas anderes... Oh! Wieso lange, bis ich ne Plus 4 krieg? Oh! Oh nö! Oh! Oh cool! Schön! Was ist das bitte für seltsame Karten? Ja genau, alles Plus 2. Boah, jetzt werd ich mit euch spielen. Oh, ernsthaft E, warum tust du mir das an? Was soll denn die Scheiße? Bitte. Geil. Ah, ernsthaft Tobi, was soll das denn? Ja, so. Was hab ich da getan? Aber dafür kannst du jetzt was legen, Erik, wenn du was hast. Ich, ja. Denk dann, du kannst alles zurückzahlen. Wow, Erik. Wow. Er hat richtig rausgehauen. Jetzt hab ich's gegeben, Alter. Die wird ihren Platz jetzt kennen. Voll gut. Voll die Ansage. Oh, 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 oh. Hä? Hä? Sych. Sych. Der Plan hat ne 4er Karte. Der Plan hat 100 von 4er Karte. Sych. Ach so, jetzt wird umgedreht. Oh, sorry Tobi. Entschuldigung. Sychabibi. Oh nein, wenn sie jetzt... Okay, heute Abend baue ich den Rechner ab. Heute Abend baue ich den Rechner ab. Das war's. Das war's. Das war's. Und das Zimmer wird neu gestrichen. Da zieht jetzt wer anders ein. Du hast zu wenig Karten. Mir gefällt das nicht. Ich glaub, du brauchst noch ein paar. Du hast zu viele Zähne, Alter. Das gefällt mir auch nicht. Boah, das ist deine Polizei. Ja, hallo. Ich bin die Polizei. Machen sie mal ruhig. Ey, Erik. Also das fand ich jetzt nicht so nett. Tobi hat ne grüne. Tobi hat ne grüne Karte. Ja, auf jeden Fall. Ich seh's. Ich seh's. Tobi hat ne grüne Karte. Alles nur kein grün. Pan, mach jetzt die Vierer. Komm. Was mach ich jetzt? Die Vierer. Oder bloß zwei. Jetzt hast du keine Plus-Karten mehr. Oder was? Für den guten Tobi. Alles klar. Gut. Machen wir das so. Aber er droht... Hä, warum, Erik? Was denn? Ist doch egal. Spiel doch keine Rolle, ob es jetzt über Curry geht. Hä? Jetzt hat er gewonnen. Oh mein Gott. Ich konnte noch eine Viererkarte ziehen. Hä, ich hab keine Viererkarte. Alter Tobi, wir sind verarschen. Ja, aber... Mann, ey. Der kann ja immer... Es ist kein Rot, Leute. Wir müssen bei Rot bleiben. Wir müssen bei Rot bleiben. Es ist kein Rot. Wir müssen unbedingt bei Rot bleiben. Okay. Jawoll. Hau rein. Gut mitgedacht, Curry. Gefällt mir sehr gut. Du bist ein sehr gut aussehender Mann. Okay, was wünscht er sich jetzt? Okay, wir müssen bei Gelb bleiben. Was? Jawoll, Erik, dann ist der Erik, den ich möchte. Wir müssen, wir müssen. Es ist wichtig. Es geht nicht anders. Da Vinci Code. Wir müssen nur auf Tom Hanks hören, Mann. Hä, der hat mit einem Football-Gequatsch, der irgendwie angemalt war. Meine Mama hat immer gesagt... Das ist dein Pornoname, Tom Hanks. Das ist dein Pornoname. Geil. Oh, schön. Oh, 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 oh. Tobi, Tobi, Tobi. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh. Er hat keine Rote mehr, lol. Okay. Sehr gut. Es sind alles... Ich hatte ja die ganze Zeit noch keine Rote, ne? Es sind alles keine roten Karten. Alle, alle drei, alle drei, die er jetzt hat... Ja, es ging nicht, es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Okay, na gut, na gut, na gut. Ich würde es niemals aufs Spiel setzen. Oh mein Gott. Sie hat's wirklich getan. Dann... Ne, dann möchte ich nicht mehr. Erst da. Boah. Ich konnte nichts anderes machen, tut mir leid. Ich konnte nichts anderes machen. Na, okay. Gut. Okay, keine blaue. Kein rot, kein blau. Ich schon. Vielleicht hat er jetzt wieder... Jetzt kann er wieder eine Rote dazu gekriegt haben. Also muss er ja gelb haben oder grün. Oder irgendeine von den drei, vier Farben. Oh Gott. Hahn. Okay. Hä, wie? Hä? Ja, jetzt hat's grad wahrscheinlich eine gezogen, schätze ich mal. Okay. Okay, jetzt wird's tricky, Mann. Wir müssen wieder rot kriegen, irgendwie. Glaube ich. Was soll ich machen? Entscheide du, ich bin raus. Das hätte ich nicht getan. Hä? Oh, Mann. Was? 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 Tobi verzaubert uns. Er verzaubert uns einfach. Mit seiner Tobi-Magie. Mit seiner Tobi-Magie. Alter, jetzt ist Erich ja auch noch dazu gekommen. Scheiße, Bahn, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, Bahn. Ich kann nicht legen. Duh- du- 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 du. Komm schon, irgendwas. Toll. Okay, Erik. Glückwunsch. Dankeschön. Alter, der hat so'n Glück. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein, er hat gelb. Ja komm, mach es, komm. Toll, Paar. Und du hast noch zwei gekriegt. Er hatte grün gelegt. Meine letzte Karte war eine grüne Karte. Oh, scheiße, ey. Ach, schade, Mann, schade. Das sind die Frauen, die Gewalt angedroht kriegen. Was, Tobi, war's nochmal? Ich hab gesagt, so sind die Frauen, die Gewalt angedroht kriegen. Ich lege ihm gelb. Okay, eine noch, komm. Auf geht's. Tobi, es wird Zeit, jetzt komm. Scheiß hier. Danke, Tobi. Wie ist für Zeit das so? Du dreckiger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Toll. Hä? Wie? Scheiße, Tobi, ne, wenn man nicht reden kann. Oh nein. Oh, fucking Pisskarten. Heiz du dem Erik da oben lieber mal ein bisschen ein. Bei mir warst du letztes Mal härter. Was, du willst, dass ich härter bin? Ich hab gar nichts. Tobi, pass mal auf, wenn... Ey, wenn ich irgendwann... Wenn ich irgendwann die Richtung wechseln kann hier, dann bist du fällig. Dann bist du fällig. Ich sag's dir, mein Freund, ey. Hä, warum... warum ich? Nee, irgendeiner von euch. Hab ich gerade gewonnen, nur der Erik. Ja, ich... Hä, was hab ich denn jetzt damit zu tun? Ah, toll Tobi, schön. Ich bin nicht ganz so lieb. Du legst es echt drauf an, ne? Ich hab übrigens in deine Chips-Tüte gepisst. Mh, creme fraiche, Alter. Sour-Cream-Onion-Curry-Pisse. Schmeckt trotzdem gut, Curry. Oh, schön, ey. Dieser Paar hat keinem Garten mehr. Alter. Weil ihr mit euch selbst so sehr beschäftigt seid. Ja, es geht nicht, Anna, tut mir leid. Curry, warum? Was soll ich tun? Ich wollte die Richtung ändern, aber es ging nicht. Es hat mir keiner erfüllt. Ich wollte nicht die Richtung ändern. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich hab Richtungsänder-Karten und jetzt guck mal, was passt. Ey, sorry. Kann ich doch nicht wissen. Du musst mit mir kommunizieren. Kommunizieren. Ich komme als Klebe. Richtung ändern. Na, juhu. Ja, danke. Das hilft. Das hilft ja viel. Doch, du musst jetzt was tun, Tobi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tobi, du hast... Ich mach das, was ich habe. Ganz ehrlich. Naaaah! Naaaah! Die hat schon wieder die ganzen Plus-Garten, oder wat? Ah. War eine, der andere war Curry. Okay, ich bin raus. Tschüss. Wat? Was? Was? Folge schon zu Ende? Nö, Pan ist scheiße. Ich will nicht mehr. Dann fängt die nächste Folge ja gleich. Lass mal eine Runde machen, oder? Komm, Alter, natürlich machen wir nur eine Runde. Was ist los? Okay, okay, okay. Oh, ich hab XP. Boah, geil. Ich hab auch XP bekommen, ey. Oh, ich bin Level 4. Curry ist Level 7. Was ist denn da schon wieder los? Hä, ich bin Level 5? Ja, aber der Curry hat mich übt immer. Level 5, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich kann wieder alle Karten aus und alles. Oh! Ja, natürlich. Hä? Ich weiß jetzt, wie Ono geht, weil ich ja Curry bin. Klebe, 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 klebe. Oh, Mann. Alter, willst du mich verarschen? Geht mal bitte einpuddeln. Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Ja. Ich kann gleich auch nicht anders. Das ist völlig okay, Curry. Das ist völlig okay, Curry. Das ist völlig okay, Curry. Ich hab so richtig dünn Pfiff, weißt du? So richtig schön sämig. Da wird richtig schön reingeschossen. Sind da auch noch ein paar Mais geschossen? Mais-Schiss ist nix dagegen. Ich sag's dir. Mais-Schiss, das ist überhaupt nix. Also ein richtiger Bonn-Duell-Schiss, oder was? Ja, sicher. Kennst du so die einen, die Tänzerin, die immer auf der Bühne stehen und sich dann so am Wasserhandschen runterkommt? Bei mir ist es kein Wasser. Was? Was? Was für Tänzerin? Richtig geil, bitte. Aus dem Wiese kommt auf dich Scheiße geregnet. Warte mal, warte mal. Was wird drüber reden, was der Curry gerade gesagt hat? Tänzerin? Wo gucken, wo? Es gibt einen Film, die jetzt bekannt ist. Was ist das Flashdance? Keine Ahnung, kann sein, ja. Ich weiß nicht. Ah, schön. Ich hab 80 Karten. Geil. Danke, Erik. Hä? Ich hab nix gemacht. Hä? Ja, danke. Hä? Wieso nicht? Ich mach Ruhe auf nichts. Ja, Pan hat gewonnen. No, warte. Oh, ich guck mal, ob ich legen kann. Natürlich, ich hab 5 Millionen Karten. Oh, sorry. Hä, Curry, warum? Ich hab nix getan. Ich konnte gar nicht anders. Och, Pan. Mann. Toll. Warte, was denn jetzt? Mann, ey. Ist eh scheißegal. Verdammt. Ach so, krass. Oh mein Gott, Alter, warum tust du das, Pan? Warum? Bitte. Oh Mann, es wär so gut geworden. Wie? Oh nein. Ach, du hast eine gehabt? Oh. Alles klar, Pan. Ich danke dir. Ich hab mit Geld geblüfft. Ja. Du Arsch. Wuuu. Ne, dann spielen wir jetzt noch eine. Das lass ich jetzt nicht. Ich mach dich fertig in der nächsten Runde. Ich mach dich doch alles. Noch eine, komm. Nein, aber wir sollten die Folge beenden. Okay, dann tschüss, dann jetzt tschüss. Tschau. Scheißegal. Ja, komm, tschau. Ja, Tobias, die Schnauze. Ich muss es noch ganz kurz mit dir teilen. Ihr wollt diese Freude bestimmt wissen. Medaillenaktualisierung. Gewinne die erste Runde 5 Mal. Tschüss. Halt die Fresse, du Kackbun, Alba. Tschüss. 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 Ich hab 5 Millionen 4 Plus Karten. Du wirst jetzt sehen. Spooky, scary skeletons send shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. I don't think we should. A spooky, scary skeleton shout startling shrilly screams. Das nicht anders, ja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, tja. Tja, tja, tja.